Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen Rebound, let's rock! Vor allem wie lang der Arm... Ohoho, voll mies, Alter! Man kennt es aber, irgendwo hat jemand so ein Geschwisterchen. Okay, das kann nur noch geiler werden, was ist hier los, Alter? Heute ist Georges Geburtstag. George hat Geburtstag, na herzlichen Glückwunsch. Daddy King takes his children to visit the Museum. Oh, okay. Ey komm, ey. Welches Kind geht denn nicht gerne zum Geburtstag ins Museum? Also ich hätte meine Eltern verflucht, genauso wie wenn man zum Geburtstag Klamotten geschenkt bekommt. Und nichts anderes, nur Klamotten, nichts anderes. Das ist so... Ey, ich find das so... Ich brauch dazu gar nicht sagen, wer liebt es denn nicht zum Geburtstag Klamotten geschenkt bekommen? Ey, ich wünsch mir ne PS5, was kriegst du? Neues T-Shirt, herzlichen Glückwunsch. Was du sowieso jeden Monat kriegst, wenn du es brauchst. Okay. néгаa- AHH O K... Und äh- Oh nein! Die Maschine kopiert! Mein, 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 mei, 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 mehi, mei, 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 Das ist schlimmer als jede Zombie-Apokalypse, Alter. Ja, much, much, much later. Ja. Oh nein, die sitzen alleine. Wieso schreien die alle? Meine, 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 meine. Mein, 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 mein. Die rollen sogar raus, wenn die Tür offen. Das ganze Haus ist voll mit Schorst, Alter. Der riecht ja eine Pfannekuchen nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Scheiße, Alter, ich würde durch. Ja, ja. Was sagt der für einen Anzug an, Alter? Was ist das mit der Phase? Man kann sich auch nicht beschweren. Krasse Sixpack hat er auf jeden Fall. Na lecker, Alter. Was ist hier los? Oh, voll nett, Alter. Das ist ja besser als jede YouTube-Kacke, Alter. Ice-Cream. Ice-Cream. So, oh, oh, sowas kennen wir doch. Watch me. Aua, Alter. Da trimmert der Schädel, Junge. Da riecht Elekopf-Schmerztablette nicht mehr. Ja, warum auch nicht? Wolltest du spielen, könntest du gut. Das ist ja nur die eine. Okay. Ah, wow. Okay, das ist nice. Also drauf haben wir es. Die schläft halt einfach mit einem... Na gut, es gibt ja so eine Schlafmütze, stimmt. Shut up! Nett. Ich wollte gerade sagen, wie spät war es denn da, weil du schon im Bett bist? Ja, wir sind es um sieben, Alter. Let's go! Wer kann denn so die ganze Zeit auf dem Ball sitzen bleiben, ohne die Füße auf dem Boden stehen zu haben? Naja, es ist immer noch um sieben. Es ist immer noch einfach um sieben. Wieso werden denn hier alle mit so einem Hammer weggepolst, Alter? Oh, scheiße, ist das denn? Es ist aber immer noch um sieben. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Jetzt ist aber der Arschaffen. Alter, ob er einfach aus dem Weltraum kommt, Mann. What the fuck? Na, wenigstens die Lippen reinstabiert. Okay. Oh. Nett, Alter, wow, voll nett. Nuni. Ich dachte, das wäre ein Josh gewesen, der da aus dem Weltraum kam. Oh, Alter. Ich hätte das jetzt nicht normales... Mit der Pfanne weg, wo hat denn der eine Pfanne her? Ja gut, wenn mich jemand so mit einer Hammer zertrimmert, dann würde ich das auch machen. Scheiße, Mann. Oh. Jetzt hat es... Oh nein. Hauptschal, sie fällt nicht ins Wasser. Ich werde da als ein Dumpen... Oh, 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 oh. Und die Hände hat so Jockgummi-Stiefel an, Alter. Oh, 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 oh. Oh, net, Alter. Was haben wir das? Die haben ja nicht schon genug Schorsch, jetzt brauchst du noch mehr Kinder. Nett, oh oh. Oh Scheiße, ist das dumm, Alter. Oh Scheiße, das ist ja wie so ein Creeper, Mann. Einfach angucken und kabumm. Was soll das überhaupt sein? Hi. Hi. Ach, nö. Ja, da wäre ich aufregend. Ja, ach, das hätte ich jetzt nicht erkannt, dass der eine Spinne ist. Was? Oh Mann, wie dumm, Alter. Irgendwie erinnert mich das gerade an Cartoon Box Halloween Folge. Wo sie sich als Hexe verkleidet, nur verbrannt wird. Da kommt einfach Mr. Kartoffel und schickt eine Hexe mit uns. Ey, das war ja mal ultra geil, Alter. Das war super geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Isst das? Unbelievable. Outro Well, goodbye. Outro Um...